ARD Text im Auftrag von Funk So, wo bin ich denn da? Ich bin oberhalb von der Stadt. Ich hänge ihn in der Scheiße ein fest, oder was denn der Kacker da? So, Leute, jetzt werden wir sie alles, jetzt werden wir sie die Punkte. Wir werden diesmal nicht verlieren. Aber der Mike ist ziemlich gut. Ja, ja, das klappt. Ah, Gott, dammit! Ich bin der schlechteste Auto vor auf der Welt. Zumindest in dem Spiel. Ich muss erst mal runterkommen, oder? Ah, jetzt kommen wir halt, Fahrt nicht. Ich schaue zu dumm aus, weil meine Wad-O-Mass ist schlafen. Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay, ja. Das ist sauber, hindurch. Du musst nur wieder umtragen. Ach, come on. Come on. Nein! Nein! Ah! Scheiße! Leute! Oh, scheiße! Aus! Boah, in die engen Schluchten, die alle auf Fittige! Also, also, come on. Ah, mein Schild brennt! Oh, fuck! Nein! Ah, leck mich doch. Ah, ich stehe im Boden, oder? Warte, fuck. Okay. Das ist nicht gut, nicht gut, nicht gut, alter. Ja, man startet immer im Boden. Nein, ich bin gerade ganz oben gestartet. Okay. Ja. Ah, gut. Der war ein rosa Panda oder ein rosa Bär. Man muss jeden umbringen, ich habe mir das geschworen. Aber gut. Jawohl! Jetzt ist halt keine Zeit. Jetzt können wir es nur verschonen. Jetzt können wir es nicht. Nein à na. Bin ich nie das purse untuk. Nein, häng'S nicht im Haus. Nein. Ich film aber doch die ganzen Punkte, oder? Setzte Ferh jagraformen Werks du daывать Korn laufen zu garantieren? Na! Ich Amy Baleack toxisch. Na,UT! Sir, dann wird er denлись im Zusammenhang mit influencers. Können Sie mich essen da? Was? Was zur Hölle? Du fährst an der Wand entlang? Ja, das kann ich nun mal. Ich bin gelernter Autofahrer. Okay, jetzt fährst du im Wasser? What the fuck? Ganz ehrlich, ich check das hier in Twinnis. Na, da kann ich das nicht stimmen. Doch, doch, da passt alles. Ich gewinne und so muss das sein. Ja, genau, so. Ja, so. Ja, ne, ne. Na, komm, schau, komm, schau, komm, schau, komm, schau. Come on! Den Schau, den Schau, den Schau, den Schau. Ja! Okay, die sind ziemlich lehn. Na, ich hab verloren, Alter. War aber nicht mal so unknoppen. Na, vor allem unknoppen. Na, gut. Soll man sich wieder was andern zuwenden? Ja, wend man sich wieder was andern zuwenden? Ja, wend man sich wieder was andern zuwenden. Da gibt's wahrscheinlich noch einige. Einiges mehr, also. What the fuck? Ich find's so awesome, dass da wo vor der Weiden kannst du drucken, dass du das Auto nimmst und dann noch und dufst da so drauf und reißen haben auch voll hinten, aber... Aber es gibt da doch keine Tiere. Da sind bei Begitia gibt's auch keine Tiere, da gibt's auch keine Tiere. Stimmt, ja. Äh, GTA gibt's da denn nicht den Hund? Äh, ja, jetzt im Fünfer, ja. Ja, im Fünfer gibt's mehr Tiere schon, glaube ich, oder? Ja, im Fünfer gibt's schon mehr, ja. Gibt's Leoparden und so'n Shit auch. Ja. So. Ja. Ich hole dich ab. Oder, oder wüsste ich auch... Ah. Ah, ich könnte schon... Da mal oben müssen, was zu messen haben. Na, damit. Shit, ey. Hallo. Du. Haha. Haha. Was zur Hölle. Hahaha. Haha. Was zur Hölle. Hahaha. Hahaha. Was bin ich denn echt englost? Und rame die um. Haha. Ja. Selber schuld. Shit the fuck with a president. Was ist mit dir haben wir gerade. Der hat jetzt BV ausgeschaut wie so ein Gorilla oder so. Hahaha. Huch, 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 huch. Huch, 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 huch. Hahaha. Huch, huch. Wow, fett. Ok, ich weiss gar nicht wo wir sind jetzt. Ich kenn auch die Mädchen gar nicht. Nein, ich schaue ein bisschen nach Symbole, die wir noch nicht kennen. Ja. Ja, da ist zum Beispiel eine schwarze Katze in der Mitte, ich weiß nicht was das ist, achso das war das Katzenmarschspiel, ok. Ja ja, ich hab da was, Ufo-Vandalismus. Ufo-Vandalismus, ja. Ufo-Vandalismus. Wo ist das? Bei mir da. Ja, einfach auf starten und dann können wir schon loslegen im Grunde. Ja, passt. Ok. Du dammit. So, ich mach währenddessen wieder mal ein bisschen Product Placement. Aus der, ich mein, ich als österreichischer Let's Player, ich krieg ja Zeit von Red Bull. Ja. Ja. Produkt ein bisschen, ja. Kleber! Red Bull Cola auch. Danke, Herr Matteschitz für 250.000 Euro. Kleber Ketchup! Was, was, ja was hab ich gesagt? Was geht jetzt wieder ab da? Ja, wir müssen alles zerstören. Ok. Alles zerstören. Ah so, ok, dann gut, dann... Wann ich da hinten was sagen? Ja, ist ja gar nichts. Ah, ich hab schon wieder zwei gekauft. Ah, ich hab schon wieder zwei gekauft. Ich hab die Stärkung von dem Ding noch immer nicht so ganz überrissen. Ähm, im Grunde, wenn du jetzt in so einem Schwebe-Modus bist, kannst du den mit den Tasten, ja, äh... Und wenn du im Flugmodus bist, dann steuerst du im Grunde mit 4 runter, zurück, äh... und dann links und rechts und dann links und rechts und mit... Ich weiß nicht, was dann bei dir die Leertasten ist, aber, äh... Du ziehst dann engere Kurven. Ja. Warte mal, wir müssen die roten Dinger ausschießen da, warte mal. Ach so, ich hab mir gedacht, wir zerstören einfach alles. Das geht nicht so ab, Alter. Das geht nicht so ab, Alter. Fisch, Fisch, Richtung. Ach so, warte mal, da sind sie eh schon. Ich hab mir gedacht, wir müssen wieder weiter weg. Ja, du kannst im Grunde nochmal alles zerstören. Die Statuen, was du siehst, kannst du auch zerstören alles. Ähm, oder was auch immer das ist. Ja, ich... Ich hab mir die ganzen roten Sachen da, oder? Ja, voll. Oh, die Häuser sind aber auch im Weg, ne? Bisschen. Weißt du nicht, warum man sich einfach im Weg sprengen kann? Ja! Oh, WTF! Keine Crash-Compilation Deluxe, Alter. Da oben ist noch einer. Jawoll, so. Und dann, die nächsten unten ist noch einer. Juhu! Man ist unzerstörbar, übrigens. Mal, Alter. Was haben wir? Ist schon wieder Zeit vorbei. Oh, Scheiße, gescheitert. Gescheitert. So, müssen wir nochmal neu starten, ne? Weiß nicht. Ah, wir probieren's nochmal. Wir sind euch, ey. Wie will das jetzt schaffen, ey. Kann doch nicht so schwierig sein. So. Schnell, 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 schnell. Schnitzel. Einfach alles zerstören. Alles zerstören. Alles zerstören. Dann funktioniert das schon. Yeah! Jetzt kommt der Ufen-Vandalismus, Leute. Jetzt wird vandalisiert, oder wie auch immer. Wenn wir das nennen, du. Vandalisiert, oder was? Wandelisiert? Wandelisiert? Was wird töte mit dir, ey. So, achte das auch, wenn wir vandalisiert. Ja, 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 ihr dreckigen Alien, so. Das ist es, ey. Warum kann ich das nicht zerstören? Da siehst du es denn? Ja, 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 ihr dreckigen Alien, so. Ah, oder Bomben oder was auch immer. Oh, jetzt ist es im Wasser. Okay. Ja, ja, ihr dreckigen Alien, so. Ja, 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 man kann das nicht zerstören, ey, da. Was ist das jetzt? Ah, ja, voll. Da haben wir jetzt aufgehören. Müssen wir weiter drauf schießen? Keine Ahnung. Nee. Nein. Okay. Oder müssen wir mit dem Panzer? Oder müssen wir das... Jawohl, Bronze, haben wir geschafft einmal. Müssen wir das zu holen, oder? Vielleicht müssen wir das aufnehmen, oder wie? Nein, 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 nein. Einfach zerstören. Vandalismus eben. Okay. Ja. So viel zerstören wie noch möglich. Light. Autos. Light-Autos. Ich bleibe einfach die ganze Zeit auf der Schießtasten drauf. Tüßen wir mal ein paar Lockets. Na. Äh, da haben wir es noch angestellt. Wow, okay, das hat gar nicht so viel Brot wie immer gedacht, aber. Jawohl. Da haben wir es noch Bus. Frechen sich auch an dich. Wir haben schon 400.000, äh, äh, 400.000, äh, 300.000 brauchen wir noch, glaube ich. Ja. Das schaffen wir locker, locker. Wir räumen da gerade ab, Alter. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich versuche es auch gerade. Scheiße. Gebe ihm der Boot. Oh scheiße, ich muss zocken. Na, na. Komm schon, gib Gas. Na, du... Blöds... Fahrzeug. Das war die Tankstelle, die muss man sicher zerstören können, oder? Na, geht nicht. Habe ich auch schon versucht. Geil! Jawohl. Stirb! Stirb, du Burba! Fritz, mein Titan! Aber die gibt ja wieder gehört, die Tankstelle. Und es ist... Geschafft! Ja. Jawohl. Siehst? Selben Seiten mal. Naja, als Hüber haben wir nicht gekriegt leider. Scheiße. Ah, aber 2.000 sind es auch. Nein, einfach wenn man ein bisschen durch die ganze Welt schaut. Ähm, einfach auf die Symbole schauen. Und alles, was neu ist, einfach mal hinfliegen, ausprobieren, anschauen, was das ist. By the way, was bist du für ein Level? Sieben. Sieben, ok, ich bin auch noch sieben. Das Alien-UFO steht dir nun in deiner Gateway-Garage zur Verfügung. Ja, geil, oder? Geil! WTF? Awesome. Tatsache! Was? Ja, noch schwieriger Ufo-Wandalismus-Scheiße. WTF? Okay, so, dann... Ich mache mich schon wieder auf die Suche nach neuen Stress. Die Stress-Podys. Wie viel? Ey, ich hab dann Waffen lang gefunden, der war... Noch mal. Äh, noch nicht uns gehört. Okay, noch immer uns. Damit kann ich einfach hacken. So. Wie eckt man den Scheiß? Ah, verdammt! Du wolltest quickscope! Ähm... Shit, Alter, ich schaff's nicht. Achso. So, okay. Was zur Hölle? Geh denn jetzt da ab, ey? Was ist das denn? Der Genki ist schon wieder da. Jedes Mal, wenn wir so einen fucking Laden hacken, kommt der Genki. Ah, okay. Okay. Shit. Die Snipe mal. Shit, Alter. Nein, die Tricks auch... Ganky Quickscope! Was genau, Alter? Ja, der... Au! Der ist total überpowered, alles. Ja, voll. Oh, nein. Super, hörst du nicht auf mich. Oh, jetzt ist's am Haus. Jetzt ist's am... Oh, holy shit. Ja, ich hab'n. Ich hab'n geäßdienst. Ah, ich glaub' er ist hin. Ich glaub' er ist hin. Ist mir wurscht, ich jetzt lass' ihn noch mal mal raus. Wie wir haben! Oh scheiße, ich brauch' Leben, Alter. Ich brauch' Leben. Warte, fuck, Alter! Warte, fuck, Alter! Okay. Was ist mit ihr an, Alter? Ja, jetzt kommen natürlich wieder die Cops und so. Wir müssen sie mal kurz verpissen. Wir müssen sie mal kurz verpissen. Ah, okay. Einfach auf ein Haustach, ganz kurz. Damit wir das loswerden und dann können wir in Ruhe ja einige in Schafen und so. Jo. Ah, Gott. Und? Wie geht's dir halt so? Ja. Wieder irgendwen umgebracht? Frisur sitzt. Mhm. Lass' mich mal näher betrachten, da das Wir war. Oh, für dich! Oh, für dich! Haha, what the fuck! So, jetzt müsst' es. Die Luft ist rein. So, wo ist denn der Stopp da? Also. Tür öffnen. Ja, sicher Tür öffnen. Was und sonst? Für was und Türen sonst? Das ist gut, ey. Wieso hab' ich denn? Oh, was? 96.000 hab' ich, was? Haha. Und das hier? Okay. Ja, da kaufen sie gleich mit dem Rocket Lunge, oder? Würde ich sagen. Anpassen. Es ist... Hahahaha, die Lackierungen! Oh, da gibt's einen aus Holz, Alter! What the fuck! Was ist denn jetzt schon wieder aus dem Tor überfallen, oder was? Na, ich... Also, es ist so ein nerviger Typ haben gestanden. Ich hab' mir einen mitgegeben. Ja, so, jetzt sind da draußen. Andere. Ja, ey. Zeit fürs Tentakel. Zeit für das Tentakel. Ich hab' mir einen mitgegebenen Bastard, oder? Zuf du mal! Frisch's mein Tentakel! Ah! Ah! Drieck dich ab! Ah! Das ist ein bisschen wie ein Masturbations-Porno. Ey, was soll der Scheiß? Pisset euch. Aber jetzt hat mein Raketenwerfer wieder geschmissen, oder was?